da habe ich versucht eigentlich gerade mit den scrap boxen nichts wenn ihr einfach gebunkert oder was ich habe hier einfach hier in den tesseract rein troppelte heißen sie aber was wenn die versendet über welche frequenz hauptfrequenz ja wenn sie ja doch ja doch so also du da in die mitte und jeder so da außen rum 25 so jetzt habe ich alles können wir jetzt mal gucken ob es funktioniert kevin komm mit wohin turbine ja ich mache das hier noch schnell 40 meine erste multi block den ich selber zusammen ich habe ich ja nicht mal so also jetzt kommt erst mal erst mal die turbine vorne rein dieses ding zum glück ich habe schon gedacht jetzt geht es kaputt also vorne ist drin so jetzt jetzt spannende moment ich muss mal die flight control achtung und ja irgendwas fehlt aber es ist nicht kaputt gegangen dann bau den ding hinten zuerst wieder ab welchen die turbine den turbine generator dann und geht er nämlich nicht zu einem ding über das wissen jetzt falsch also ich komme gleich zum dinge haben wir für den messfabrikator nie gereicht deswegen schließe ich hier nur einen messfabrikator an und dann bei den ersten vor einer der die windmühle benutzen würde ich sagen ich habe jetzt zwei die windmühlen benutzen macht ja was ist so jetzt kaputt geht okay die können wir das doch nicht antun dass es nicht funktioniert ich will hier nichts mehr machen warte ich komm ich bitte darum also tesseract kannst du auch noch mitbringen ja jetzt zu spät und dieses steam dinger da die haben wir auch noch nicht steam crater tesseract der hier rumliegt steam crater brauchen wir noch fünf stück so ich hoffe nur der server steht also ich hoffe nur dass wenn wir das jetzt anschließen dass da nix kaputt gibt dass da wirklich zwei stück laufen theoretisch sollte ist das ja theoretisch du weißt auch theoretisch kann man es auch anders und bauen theoretisch schon praktisch würde ich das mal noch gerade mal ein backup von der map mach ja das das ist das beste backup erstellen ich kann ja einfach hier auf backup erstellen immer macht er das ab ob es doch schön aber am besten macht es erst wenn wie alles gebaut haben vor die turbine angeschlossen dann ich meine ich hab ich gesagt das ist nicht mehr die irgendwie nicht nur jetzt hat er kein signal was macht der dr denn da kommt der reaktor läuft er braucht unnötig energie sogar wirklich unnötig wir brauchen mehr energie jetzt kommt schon ich meine es ist ja nicht so dass es die ganze zeit mehr teuterium und tritium wird wir müssen die diese diese milliarden fache stadtdaten beleuchten mit einem reaktor der eigentlich mehr produzieren müsste eigentlich der reaktor da der müsste viel mehr produzieren als wir jetzt haben was er ja eigentlich auch tut macht er ja auch kannst du da noch mehr dinge anschließen noch mehr turbinen ja wir können da ja noch viel hinstellen theoretisch könnten wir noch mehr laser drills machen theoretisch schon ich glaube das machen wir noch so kann man ja auch in den anderen so was ist denn da jetzt falsch ist alles richtig oder nicht ich meine das gelbe hast du komplett fertig gebaut ich habe nur das weiße rumrum gebaut und da hinten das zugemacht sonst ist ja alles richtig das muss auch achso ja gut ja das da muss man auch dran denken stimmt's jetzt eigentlich schon gut dann machen wir das da hin und ah warum ich hasse diese scheiße was ich mach nochmal kann man nicht auch erst den hier hin und dann vorne nein du musst den da vorne was ist denn das für eine scheiße Programmierung man bei jedem anderen multi block kann ich jeden block benutzen ist als jetzt ein block und dann über den nicht so kacke ey warte ich schau mir mal das kurz an das muss stimmen und wenn du hast ja gebracht schon so am fünften mal oder so am siebten hunderttausendsten mal keine ahnung ja ja hunderttausendsten mal kommt schon an stimmt auch das passt noch alles 1 2 1 2 3 4 5 genau so lange wieder drüben ich habe genau abgepasst es muss einen längers sein nein doch eben nicht wenn ich jetzt hier rüber dann hast du die Pipes so lang gemacht weil das hier unten als der einen lang offen ist habe ich gedacht ja gut dann musst du das hier da weg ja dann kann es ja nicht gehen jetzt habe ich die Steam Grades natürlich vergessen da alles na egal ich muss eh nochmal rüber ja ich habe da alles weißt du die Steam Grades schon? ah ne die habe ich nicht ne die habe ich nicht siehste siehste aber der ach 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 ja und du klaust mir jetzt auch ne hast du nicht ich glaube ich habe den Steam Bypass geklaut aber ich bin gleich wieder da boah wie schnell ich jetzt gerade rückwärts gelaufen wenn du mal die Flight Control anhaben krass ne so wie ich das scheißspiel kennen muss ich die wieder da drinnen bauen ne ja naatürlich ich brauche dazu die Iron Bars ist falsch dann brauche ich Bass Panels dann habe ich noch zu ne gelbes passt dann brauche ich diese scheiß Liquid Pulp nein das Steam Bypass fehlt ja das habe ich ja ich hasse das falsch haben wir es jetzt ja jetzt passt das fehlt mir noch ein weißes und das Steam Bypass genau und das ist falsch ja jetzt haben wir es jetzt passt das aber endgültig wo ist jetzt der HSLA Stahl hin eben im ME System kann der ins ME System jetzt ist doch nichts da liegt der drin da liegt immer der HSLA Stahl drin außer er ist weg dann natürlich nicht so bin ich hier gib mir her gib mir das Zeug was du noch hast dann kann ich das schon mal fertig bauen fünf Stück schmeiß es weg also die Dinger zum fertig bauen von genau das brauche ich nicht mehr gelb so da haben wir Steam Grates was brauchen wir noch genau Eisenblöcke ja das brauchen wir auch und ein bisschen Dach und was ist das überhaupt Stonebricks und ein bisschen Dach ja Stonebricks ist auch Dach oder nicht ja so jetzt jetzt ne wenn es jetzt nicht passt dann äh weiß ich auch nicht also jetzt jetzt muss es gehen ich hab den Rotor noch was ist denn jetzt kaputt ähm hä hat sich's gedreht ja ja schön ne was ist das denn das kannst du nochmal abreißen und wieder neu hinstellen alles ne du musst nur äh den Ding hinten den Core abbauen und dann nochmal den Multiflox setzen ich hab's noch grad da ist er warte den abbauen jetzt würden die Blöcke nicht angezeigt doll ja er musste irgendeinen abbauen dann werden sie dann gezeigt das ist doch kacke was ist das denn hat sich's gedreht ne so nochmal ey das war jetzt warte ja jetzt haben wir's bei mir ist unsichtbar bei mir seh ich's jetzt seh ich's auch ja ja das wird aus irgendeinem Grund wird es unsichtbar das siehst du nur diesen Block hier hinten diesen Turbine Generator siehst du dann den hier ja also es läuft jetzt so dann haben wir's doch jetzt jetzt darf's nur nicht abstillen wenn das Ding abstillst ja eigentlich soll das das nicht dann hör ich auch mit dem Let's Play dann hab ich keinen Bock mehr ach leck mir jetzt soll ich's vergessen da und scheiß siehs hab ich schon gemeint du soll das Dach mitbringen nein hier fehlt außerdem eins oder machst du da nur drei oder vier hab ich da drüben ich will hab ich ihn da drüben wenn wir hier fehlt einer da wo denn wo fehlt da was hier siehst du es nicht da ach da fehlt ne Reihe ja dann bau hin bau da auf der anderen Seite noch damit ich hier die Turbinen bauen kann ich würde erst Kevin erst die Turbinen also oder so mach doch erstmal da drüben ich hasse es ich hasse es dieses scheiß Ding ey ich bin froh wenn ich diese Mod nie wieder benutzen muss gut muss ich auch so nicht aber egal so jetzt 5 absteig 1 2 3 4 5 ja siehste also es passt eigentlich am Anfang Anruf am Ende Anruf so dann machen wir mal eins soll da eben auch 5 sein ne 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ja tatsächlich jetzt setze ich da die Turbine an so äh der ist jetzt ist die da jetzt ich hab eine verloren sie ist weg die Sahne weg sie ist weg die Turbine ist weg nochmal die Turbine ist weg mach die Dinge an den Magneten ich habe die gerade platziert ja und wieso ne ich hab keine bekommen ich hab deine Steine bekommen ja ich habe 25 ne hab ich nicht nein ich hab sie nicht weg lol hast du nicht mit der Spitzhack abgebaut ich hab sie platziert dann ist sie verschwunden da hängst du doch jetzt hängen da zwei ich hab noch zwei eine fehlt lol so eine fehlt was machen wir jetzt du hast nur eine im Inventar schmeiß die mal weg bei mir hast du noch eine in der Hand ach die wollen mich doch verarschen diese bekloppte scheiß da so jetzt kannst du anmachen und egal was passiert die Folge ist jetzt zu Ende Aufnahme auch wenn das jetzt anläuft dann ist gut schmeißen dann später noch ein Tesserec dran und dann ich mach jetzt noch ein Backup ne nach das ja aber dann war es das für die Aufnahme weil ich muss jetzt leider essen gehen und wir gucken nochmal was wir beim nächsten Mal machen unsere Aufnahmezeit ist schon voll da ist schon drüber egal ist es sowieso schon drüber mach einfach komm stellst du die Dinger jetzt hin was machst du denn also Backup ja ich warte bis das Backup durch ist mhm ich hoffe also jetzt mal im Ernst wenn das jetzt nicht geht dann guck mal also dann dann weiß ich nicht ob ich das nächstes Mal noch weitermach eigentlich muss es gehen es muss gehen aber wenn es nicht geht meine ich nur dann überlege ich mir das ob ich weitermach komm schon dann scheiß nitrau du mach das Backup jetzt Dankeschön dann setz ich die 5 Dinger dahin und dann ist gut also ja läuft doch es ist weg verschwunden hä? ich sehe es nicht mehr jetzt gut dann ich bin zu weit weg oder was was dann siehst du nur ein Ding da hinten oder was ja es ist normal es ist back drum gut dann sage ich mal bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Aufnahme ne und auch das jawoll es geht wir haben Strom yeah oh ich kann den Tesseract noch dran machen yeah los komm schon jawoll ja Energie überschossen für nächsten 2 Aufnahmen krass schon krass ne Hardenet ja Hardenet ist da ein bisschen untertrieben ultimate keine Ahnung nee warte mal Hardenet was ist denn mehr als Hardenet also Hardenet also Hardenet äh Härter keine Ahnung gibt es nix hm naja ja ja ja